Hallo und herzlich willkommen zurück auf der Suche nach Pipita die irgendwie losgegangen ist und unsere Dudus da drinnen drehen gerade völlig ab und ich seh da nur Herzen drüber. Auch da hinten ist wieder was weißes aber wir rufen trotzdem immer mal wieder. Pipi 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 Pipita vielleicht irgendwo wiederfinden unter Hoffnung. Pipi 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 Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Wie kann man die Leute entnerven? Warte mal, hier in der Ecke war doch dieses riesen Vieh, oder? Oh, das ist natürlich dann ein bisschen doof. Ich bin runtergepurzelt. Wo ist die denn los hingelaufen? Ich bin geflogen. Wo ist sie denn? Wo ist sie hinten? Nein, wir haben, denke ich, genug Tiere. Ja, 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 okay, go. Ist gut, kriegt euch wieder ein. Ist gut, ist gut. Kriegt euch ein. So, kriegt euch wieder ein. Ist gut. Ja, ich weiß. Wir haben euch auch alle ganz doll lieb. Pepita, wo warst du denn? Hä? Wo warst du? Haben uns Sorgen gemacht, du Vogel. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Wir müssen da auf einen Futterkrug oder sowas reinstellen. Abreißen. Alles mit übernehmen. Dann müssen wir einmal gucken, dass wir noch mal einen kriegen. Herstellen. Auf einen Blick. Was fehlt? Holz und Metall. Okay. Haben wir da eigentlich noch Metall drinnen? Nein. Hauptsache, wir kacken das beiden. Irgendwo ein Baum wieder gespawnt. Ich glaube, da ist das wohl ein leichter, irgendwelche Bäume zu kriegen. So, da kommen wir. Was haben wir nur Probleme? Hier. Wo ist er denn? Da. Einmal herstellen, bitte. Jetzt sind wir wieder langsam unterwegs. Und jetzt packen wir da mal ein kurzes Bärchen. Ein bisschen Fleisch und sowas alles rein. Mal ein kurzer Eier angucken. Guckt das aus. Ja, aber ich muss sowieso den Futterkrug aufstellen. Ok. No. Ok. No. So. So, so, das eine Fleisch kann ich auch noch mal rein, das hier, das hier, das hier. Es ist nicht auch gegrilltes Fleisch, aber ich glaube, erst mal. Alter, Leute, ihr müsst da echt weggehen. Da, da ist Essen, hier, los, Kinder, ich komme hier nicht durch, nein, 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 ich wollte nicht, es tut mir leid, ja, genau, und das sagst du garantiert 150 Mal am Tag. Hermione, hör auf! wir müssen mit das hier mal kann man das hier einfach mitnehmen abreißen notizen zuvor prozent herzustellen ok der hat 60 75 da braucht ihr noch ein bisschen länger und er hat auch 60 gut abwand und teer trinken würde ich sagen da kommen wir sowieso nicht machen ja nie bei mir brauchst du auch nicht anzukommen mach das tablet leiser ich nehm auf mann oder mach es aus jetzt hör auf um zu zicken ich hab keine ahnung ist gut lasst sie mich vielleicht auch rein oder toll ihr habt hier essen drinnen futtert leute so kriegt euch jetzt mal wieder ein hier liegt noch ein ei da liegt auch noch ein ei wir müssen echt ein extra stadt für die großen haben ja mittlerweile brauchen die du das auch schon so großen stahl wenn die sich weiter so vermehren nein nein ja nein So So Mann Oh, Killer. Mann. Killer. Das ist echt Katastrophe. Emmi, lass es einfach. Lass es. Kein Licht. Mach es aus. Ich schmeiß dich hier sonst gleich raus. Verdammt, oh mein. Es reicht. Mann. Jedes Mal dasselbe. Ich will aufnehmen. Ich will das, dass es für dieses bisschen ist. Die ganze Zeit dazwischen hält sie die Klappe und sobald ich den aufnehme, dann klaut sie sich wieder Süßigkeiten, dann frisst sie jetzt wieder Salzstangen. Aber Mittagessen tut sie nicht. Pack die Salzstangen weg. Pack sie weg. Du isst kein Mittagessen, du isst keine Salzstangen, keine Chips, keine Schoki. Ganz einfach. Und es gibt auch heute keine Mieserfolge mehr. Warum? Warum? Weil du wieder kein Mittag gegessen hast. Ich esse erst mal Mittagessen auf. Ja, dann esse es dein Mittagessen auf. Und? Aber? Ja. Wenn du aufnimmst, gibst du keine Folge mehr für dich. Ja. Keine Aufnimmst. Geh hin, essen. Hoffen wir dich zu quatschen, Mann. Ja. Das ist es, Kind. Aber es scheint zu helfen. Oh mein Gott. Ich hab ein Drohmittel. Gib's doch wohl nicht. Oh mein Gott. Äh. Oh mein Gott. Jetzt mag er nochmal. Wir sehen unser Eier aus. Ich weiß gerade ehrlich nicht, was ich tun soll. Wir wollten ja esszüchten, wenn wir oben sind. Das hat ja super geklappt. Disco, Pogo, Dingelingeling. Warum fliegt dein Dino bei mir? Ist er weg. Okay. Da oben auf dem Berg. Immer jedes Mal, wenn ich mich bewegt habe, taucht du da immer ein Dino auf. Nö. Ich hab mir voll in die Wange geflogen. Batsch. Super. Hört auf, wirklich die ganze Zeit zu paaren. Das ist ja schrecklich. Schwänze raus. Also wahrscheinlich irgendwie ein Surfer-Spack oder sowas. Jetzt ist er da wieder. Jetzt ist er so ein Flug. Oh, da kommt er gerade hoch. Da geht er wieder runter. Ein Flugteil. Naja. Ah ja. Da kann ich auch gerade irgendwas mit anfangen. Einen roten habe ich da. Einen roten fliegenden. Da wollte er nicht. Okay, aber die brauchen noch echt lange. 43 Minuten. Waren das nicht sonst 30 Minuten oder sowas? Ja, aber das ist doch ein Dodo-Ei. Hm. Ich weiß es nicht. Und kommt er denn Level 1 raus? Ich hab keine Ahnung. Ja, stimmt wohl. Alles gleich, ihr Lieben. Denn bis in die anderen Folge. Tschüss und tschau tschau.